Graf Djula Andrasi. Mit Gnadigung werden wir alle schwäch aussehen. Was muss ich tun, damit ich schwanger werde? Möchte ich, dass Sie jemanden trefft? Einen Mann, der sehr viel Blutvergissen verhindern kann. Ein Anführer der ungarischen Rebellen. Jemand hat mir geholfen und jetzt bin ich hier. Jemand? Ja, jemand. Heute ist der 30. Richtig? Herzlichen Glückwunsch. Eure Majestät ist in freudiger Erwartung. Djula Andrasi. Ich glaube, unsere beiden Völker haben nur in der Zukunft, wenn sie ihren Weg zusammengehen. Ich glaube, sie sind normal. Diese Menschen glauben, dass der Kaiser hat sie betrogen. Und eine Tronfolger gibt.